Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Quartes! Explodiert doch. Letztes Mal ist hier das Spiel ex- Wollte ich sagen. Ne, abgestürzt. Wie fühlt sich das so umf, dass ich dann? Ah, jetzt geht's wieder. Oh, läuft. Was machst du denn da drin? So, da kam letztes Mal ein Panzer entgegen. Ich glaube, das Gauss-Gewehr hätte eventuell auch genutzt, aber nee. Ich hab ihn. Nein, hast du mich. Oh, aber viele. Bewegung, los. Bäm, ja, oh. Habt ihr überlebt. Weil, der Rückstoß von der Waffe ist schon ein bisschen übertrieben. Wir gucken überhaupt hin. Hallo. Bisschen ablenken. Mein Handy zur Seite schieben. Ich finde, deren Weste hält zu viel aus. Was soll das? Indoor hab ich immer über 100 FFS. Neue Raketenwerfer. Ich tausche mal die Waffe ein. Dafür habe ich eben mehr Munition. Bisschen modifizieren. Scheide-Dämpfer, Laser. Brand-Munition habe ich auch. Komm, äh, Sturmgewehr-Visier. Äh, habe ich keinen. Ich dachte, ich habe noch Handgranaten. Oh, ich bin ein bisschen low. Boah, wie viel hältst du aus? So, ist hier noch einer? Nein. Ah, bist du Endoor unterwegs? Maximales Tempo. Maximale Panzerung. So, jetzt sollte jetzt langsam die Basis komplett down sein. Oh, das Ding sieht wirklich bedrohlich aus. So, hallo? Lebt da noch einer? Hallo, ich bin's. Einer mit Nano... Ne. Nano-COT ist das, ne? Ja. Smetterding. Meine größte Bedrohung. Der hat noch A, der hat überlebt. Hallo? Na, wie geht's dir? Oh, ich habe keine Muni mehr. Bei Treibpunkt erreicht. Stritland, ich bin jetzt im Büro. Versuchen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zuzugreifen. Hier war doch einer drin. Komm, ich nehme mal vorher Schrott mit... Obwohl... Oh, wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe weg? Egal, dann muss ich halt mir Schrott mit so zufrieden geben. Obwohl, für Indoor ist das eh besser. Äh, Laser-Visier, Reflex-Visier. So, hallo? Seid da unten? Nein, sind alle oben wahrscheinlich. Oh, der ist einfach verschwunden. Ah, hallo. Na, wie geht's dir? Ist da ein feindlicher Heli schon wieder? So, äh... Hier liegt so viel Zeug. Oh. Eine Wasserflasche. Ähm... Liegt hier irgendwo Munition? Ne, ne? Ne, sieht nicht so aus. Aber ich muss hier auf dem PC dran. Beginne Download. Download beginnt. Gute Arbeit. Wir kennen jetzt Kyums Aufenthaltsort. Ihr hält die Geiseln in der Miene fest. Ihr Navigationssystem wurde aktualisiert. Holen Sie die Leute da raus, Soldat. Bin unterwegs, Major. Passiert da noch was? Macht das Bumm und dann... ...liegt Eis in der... Der Heli nervt mich. Da ist irgendwo ein Heli. So, ich sollte mal eigentlich Waffe wechseln, ne? Schrotplante... ...ist nicht so schön. Oh, das finde ich schön, dass man hier rein kann. Kann ich ihn auch wirklich fahren? Natürlich kann ich ihn fahren. Wumm, 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 wumm. Komm. Oh, das ist ein Panzer. Und der hat mich gesehen. Kann ich jetzt mit dem Gauss-Gewehr den Panzer schädigen? Ich glaube schon. Ne, ich glaube doch nicht. Ah, vielleicht doch nicht mal. Vorhin habe ich drei Raketen gebraucht. Jetzt habe ich nur eine gebraucht. Äh, zwei habe ich gebraucht. Ui. Bam. Ich kann es ja mal testen. Ja, er wacht. Oh, bitte nicht sterben. Oh, Glück gehabt. Gut. Das ist ein bisschen abgekürzt. Das ist ein bisschen OP für die Einheiten hier. Oh, ich wollte einfach überfahren. LOL. Weißt du überhaupt was? Ich muss gar nicht hier hin, oder? Komm, fahr. Ich glaube, ich muss auch nicht um den Blick hier runter. Ja, vorerst. Aber ich habe das halt sehr gut gemacht. Kurz gucken. Geisel, Landezone. Äh. Mission. Stoßen sie zur Landezone vor. Äh, eins. Warte, der Milikant. Hier flimmelt es von Koreanern. Wollen sie wirklich hier landen? Das ist unsere einzige Chance. Sichern sie das Kapit, dann schicke ich meine Föhre. Mh. Energie kritisch. Maximale Wunsch auf. Leck. Leit. Leit. Musst du dich verarschen? War das kein Flash und Schaden? Energie kritisch. Wissen? Läscht er nicht, die Waffe. Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Ihr wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Leute, das ist einer mit Nagelschutes. Das ist unsere einzige Chance. Sichern sie das Kapit, dann schicke ich meine Föhre. Hier. Vorreden. Ich kann mir die Waffe nicht hinlegen. Läscherlich. Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es hoch. Wow. Wow. Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Das war auch schön. Dass das Spiel auch noch genau da speichert. Ich nähere mich jetzt dem Steinbruch. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Warte, erstmal überfahre ich den Typen. Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Kapit. Oh, ich bin doch ausgestiegen. Sonst kann ich doch während der Fahrt aussteigen. Hier wimmelt es von Koreanern. Wollen Sie wirklich hier landen? Das ist unsere einzige Chance. Sichern Sie das Kapit, dann schicke ich meine Föbel. So, ich muss ja das wirklich so machen. Ich muss nach jedem Kill quasi abspeichern. Sonst kann ich das vergessen. Warte, ich mach mal hier, äh, Sneaper-Visier dran. Mein Starnfeld. Macht so und dann... Loll! Willst du mich verarschen? Das ist doch ein Scherz, oder? Oh. Oh, ne, ich hab nicht geschrottet, das ist okay. Was für eine Waffe hat er nie gehabt? Hallo? Kack. Maximale Panzerung. Ich finde dich. Das ist ja der! Fahrenfeld aktiviert. Granate! Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. So, ich hab die Frage gekehlt, das steigere ich ab. Da sind auch alle Leute mit Nanosuit, da ist doch unfair. Oh, ich hab dafür keine Munizierung mehr, weil... Das sind normale Soldaten. Ich bin nicht dreckig. Maximale Panzerung. Das speichere ich ab. Ja, das ist einer am Kahn gezogen, ne? So. Jetzt hab ich kaum Gauss-Gewehr-Munition. Davon hab ich auch nix. Neuder wird unsichtbar. Auch einer von denen. Also erst mal hier, die töten. Oh, der hat sogar Raketenwerfer dabei. Dann, äh, werfen wir mal das weg, dann nehmen wir das. Entpassen das entsprechend an. Komm, nehmen wir Brandmunition. Davon haben wir sogar 300 Schuss. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Fahrenfeld aktiviert. Fetisch. Maximales Tempo. Oh, ich mach' ich mal das Tempo. Maximale Panzerung. So, die hab' ich erst mal getötet. Die erst mal so wegpacken. Den tue ich mit Gauss-Gewehr töten. Moment, schalten Sie alle feindlichen Einheiten aus. Luftunterstützung ist unterwegs. Was mach' ich denn in der Zeit? Nein. Bitte nicht Heli. Aber wo ist die Raketenwerfer? Ich hab' doch ein Handy. Oh, nein. Ich müsste mich verarschen. Ah, doch. Ich hab' doch noch. Okay, ich hab' noch. Ich hab' noch in der Zeit. Stirb. Speichern. Stirb. Stirb. Der ist schon tot. ok speichern ist da noch einer noch was sie kann dortradar ist da noch einer wahrscheinlich im oder hinter dem gebäude hier in der ecke nein das obendrauf kleine angsthase maximale stärke es ist die 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 Landezone ist sicher wie Fox Nox, das habe ich gerade gemerkt. Ich brauche sie an vorderster Front. Dricken Sie in die Mine ein und finden Sie General Kjong. Meine Jungs regeln das Geländer ab. Sobald Sie die Greifel gefunden haben, lasse ich sie ausfliegen. Viel Glück. Zuhören Marines, wir graben uns ein und halten hier die Stellung. Defensivstellungen vorwärts, vorwärts. Sie sind eine Ein-Mann-Armee, Nomad. Aber ab jetzt übernehmen wir. Maximales Tempo, Energie kritisch. Maximale One Zone. Ach, ich hätte die Gewehre auch nehmen können, um extra Produktion zu bekommen. Aber egal, ich bin eh voll. Ihr habt recht, ich bin eine Ein-Mann-Armee. Direkt speichern. So, ich sneeper mal hier. Scheiße, was zum Teufel war das? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Irgendwas ist da gerade aus dem Felsen gekommen. Die Koreaner ziehen Sie zurück. Das ist Ihre Chance, Nomad. Durchbrechen Sie Ihre Verteidigung. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist der perfekte Moment, die Folge zu beenden. Könnt ihr oben links auf Abonnieren klicken. Recht habt ihr zwei Videos zu ausfallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr gerne auf die Glocke drücken, neben dem Abonnieren-Button und ja. Ciao.